Ich will mal eben was von euch wissen. Ihr habt einen Ball und euer Lehrer hat zwei Bälle. Wo ist der Unterschied? Vermutlich werdet ihr jetzt sagen, dass der Unterschied darin besteht, dass der Lehrer einen Ball mehr hat. Stimmt, absolut korrekt. Nun dreht sich in diesem Video aber alles um die deutsche Sprache. Warum stelle ich dann eine mathematische Aufgabe? Ein Ball, zwei Bälle. Merkt ihr was? Der Unterschied steckt auch in den veränderten Wörtern. Deutsch zählt nicht zu den einfachsten Sprachen. So viel steht fest. Die deutsche Grammatik ist komplex und teilweise ziemlich kompliziert. Der eine oder andere mag da auch die vier Fälle hinzuzählen, mit denen man jedes Substantiv so formen kann, dass es im Satz korrekt aussieht. Das nennt man Deklination. Das gibt es übrigens in allen Sprachen, aber es ist nicht überall so kompliziert wie im Deutschen. Sinn der Deklination ist es, das Wort so umzuformen, dass seine Verwendung in einem Satz absolut eindeutig verstanden werden kann. Das ist wichtig, aber in der Regel muss man da nicht drüber nachdenken. Das macht man von selbst richtig, sofern man Deutsch gut genug beherrscht. Wer nun aber die Funktionsweise einer Sprache verstehen will, der muss sich vielleicht doch mal ansehen, was es mit den Fällen auf sich hat. Der erste Fall, ja, die stehen tatsächlich alle in einer bestimmten Reihenfolge, ist der Nominativ. Das bedeutet, dass das Wort so im Satz verwendet wird, dass wir nach ihm fragen können, indem wir sagen, wer oder was. Lautet unser Satz also zum Beispiel, der Ball ist schön, könnten wir fragen, was ist schön und würden als Antwort, der Ball, erhalten. Diese Frage ist nur im Nominativ korrekt, ebenso wie die Antwort. Der zweite Fall ist der Genitiv. Mit ihm kann man herausfinden, wem etwas gehört, denn man fragt mit wessen danach. Das ist der Umfang des Balls. Wessen Umfang ist das? Der des Balls. Der Ball steht nun nicht mehr an erster Stelle des Satzes. Das liegt daran, dass unterschiedliche Deklinationen auch im Satz eine unterschiedliche Position haben. Der Dativ ist der dritte Fall. Nach ihm fragt man mit wem. Ich laufe dem Ball nach. Wem laufe ich nach? Dem Ball. Wieder steht der Ball an einer anderen Stelle im Satz. Dieses Mal ist es aber wieder ein Ball, wie auch schon im Nominativ. Da ist nun der Haken. Je nach Wort kann es sein, dass sich diese in den einzelnen Fällen nicht unterscheiden. Dafür verändert sich aber der Artikel. Im Nominativ ist es der Ball, im Dativ hingegen dem Ball. Jupp, ein Buchstabe kann viel ausmachen. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch den Akkusativ, also der vierte Fall. Ich bringe den Ball mit nach Hause. Was bringe ich mit nach Hause? Den Ball. Nach dem Akkusativ fragt man mit wen oder was. Wen bringe ich mit nach Hause, würde in unserem Beispiel ebenfalls funktionieren. Das alles gibt es jetzt natürlich auch in der Mehrzahl, sprich mit mehreren Bällen. Das nun aber in der Kurzversion, denn die Regeln sind dieselben. Die Bälle sind schön. Wer ist schön? Die Bälle. Das sind die Umfänge der Bälle. Wessen Umfänge sind das? Die der Bälle. Ich laufe den Bällen nach. Wem laufe ich nach? Den Bällen. Ich bringe die Bälle mit nach Hause. Was bringe ich mit nach Hause? Die Bälle. Das alles mag auf diese Weise völlig verwirrend klingen und es ist eigentlich auch vollkommen unwichtig zu wissen, solange man weiß, wie man eine Sprache anwendet. Aber, wie gesagt, es kann zum Verständnis einer Sprache beitragen, wenn man versteht, wie sie funktioniert. Müht euch darum bitte nicht ab, das auswendig zu lernen. Im Grunde reicht es schon aus, wenn ihr wisst, dass ein einziges Substantiv durch einen Artikel oder ein paar Buchstaben so verändert werden kann, dass es im Satz eine andere Funktion einnimmt. Das gilt übrigens nicht nur für Substantive. Auch Adjektive, Pronomen und natürlich Artikel können dekliniert werden. Wollt ihr mehr zum Thema erfahren, schaut am besten mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr genauere Infos zu den einzelnen Fällen und auch einige Übungen, die euch helfen können. Also keine Sorge, wenn ihr da nicht durchblickt. Sprachen kann man auch ohne dieses Wissen lernen. Aber klugscheißern klappt mit Deklinationsverständnis besser.